Habe ich mich doch noch richtig erinnert, der Hof von Fanta Miau. Die Sonne geht auf und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FarmLife. Heute werden wir mal zur Abwechslung mal was anderes machen und zwar werden wir unsere Felder bestellen. Dieser Traktor hat übrigens Fanta Miau, den hat er gestern noch hergebracht, weil er heute oder so noch da kommt. Keine Ahnung, er hat aber gesagt, er wird mir dann helfen. Okay, hilf der mir. Ein Ei! Stellen wir es mal da hin. Ah, mir fällt gerade auf, ich habe keinen Kobra. Haben wir den und dann geht's los. Wir werden da hinten mit dem Feld beginnen und hier werden wir dann weitermachen auf dem Feld und dort hinten möchte ich meine Tiere dann halten. Die muss ich dann auch noch am Ende der Folge füttern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 So, dann wäre es das auch mit dem einen Feld. Mehr habe ich heute nicht mehr geschafft. Ich habe zwar schon die Sehmaschine angekoppelt und so, aber mehr war dann, wenn der auch nicht drinnen, muss ich noch irgendeine Seeds kaufen, damit ich das anpflanzen kann und davon muss ich auch noch ein bisschen düngern. Aber ich bin ja zu müde. Ich habe zwar Hunger, aber habe ich vielleicht noch irgendwas drin? Ich glaube, ich esse ein Chicken mit Rice. Rice, Rice. Ja, geht schon wieder. Gut, dann nehme ich mich mal rauf ins Bett. Ah, 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 ah. Valentin? Hallo? Ja, was ist? Valentin, dringend, dringend. Wirklich dringend. Ich höre Stimme aus der Scheune. Und ich sehe, dass hier Schatten gestaltet wird. Ihr könntest bitte schnell kommen. Wirklich. Okay, ich bin sofort da. Okay, bitte. Schnell. Ja, tschüss. Bis gleich. Und beeil dich. Tschüss. 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 Tschüss.